Okay, willkommen zu Teil 3 von Für Einen Handvoll Punkrock. Es ist das Intro und auch der Solo-Teil. Ist ganz einfach. Ihr macht folgendes, ihr haltet drei Seiten, nämlich die C-Seite, E-Seite, A-Seite von der Ukulele fest und die G-Seite nicht. Das heißt, wenn ihr jetzt alle Seiten drüber bratet, dann müsste das so klingen. Genau. Arthur hat eine hohe G-Seite, ich habe eine tiefe G-Seite. So, und jetzt Schlagmuster draufbraten. Das heißt, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Das ist das Intro. Und dann mittendrin, nach der zweiten Strophe, zweiter Refrain, kommt dann ein Solo-Teil. Ich spiele das, was wir im Intro hatten, und Arthur spielt das Solo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und jetzt ist es fertig. Gut? Ja. Das Intro kommt direkt, also kommt als erstes, und dann kommt... Genau. Also wir haben einen Ablauf, das machen wir gleich. Also Intro haben wir jetzt, Refrain haben wir jetzt, Strophe haben wir jetzt, üben. Gleich geht weiter. Und dann geht's, wir haben wir jetzt, um ein Ablauf, 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 um ein Ablauf. Vielen Dank.